Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 26.100 US-Dollar nach einem Wochenende mit einer 80-Dollar-Range. Kam heute oder gestern Abend dann schon ein bisschen Bewegung rein. Wir halten immer noch die 26.000 US-Dollar-Market, doch bleibt es so. Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne schon mal ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, was weiß ich was etc. pp. Kommt da gerne rein und jetzt muss ich auch nochmal aktualisieren, weil dann ist auch alles da. So, und wer es noch nicht gesehen hat, ich habe gestern noch ein kleines Binance-Video gemacht. Das heißt, mal so ein paar Fakten und sowas nochmal aufgezählt. Crashed Binance möglicherweise Bitcoin runter. Schaut euch das gerne an. Der Link dazu findet ihr auch in der Telegram-Gruppe. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, 26.080 US-Dollar traden wir derzeit. Und ja, wenig Veränderungen im Gegensatz zum Wochenende. Wir haben nur unser Tief und das habe ich heute früh schon im Update, also im schriftlichen Update, wo ich ja immer mal ab und zu reinhau, schon dazu geschrieben, dass wir ein tieferes Tief gebildet haben. Das heißt, diese kurzfristige Aufwärtsstruktur ist jetzt erst einmal hinfällig. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Habe aber auch dazu gesagt, wo können wir unsere nächsten Long-Positionen planen. Also, dafür ziehen wir uns mal ganz einfach das FIP-Level von unten nach oben, also von unserem Bottom zu unserem Top. Und da sehen wir, wir haben eine Menge Konfluenz in diesem Bereich, wo das derzeitige Golden Pocket liegt. Und dieses Golden Pocket liegt bei 25.900 US-Dollar. Und das ist auch der Bereich, den ich mir momentan so ein bisschen eher für die Long-Position ausgewählt habe. Warum? Wie gesagt, einerseits Golden Pocket. Andererseits, wenn wir auch jetzt einfach mal den Bereich des Golden Pockets so ein bisschen nach drüben hinziehen, also dieser ganze Bereich, sehen wir, wir hatten hier massiv immer wieder Support an dieser Stelle. So, daraufhin, nachdem wir hier dieses Fake-Out nach unten hin hatten, ging es nach oben und jetzt könnte eben dieses Golden Pocket unseren Retest darstellen für ein potenzielles Break-Out nach oben hin. Zumindest mal in Richtung 27.490 US-Dollar. Wie positionieren wir uns hier? Das ist jetzt genau die Frage aller Fragen. Und zwar, wir haben, wenn wir jetzt im Endeffekt hier am Golden Pocket losgehen, also ich sage jetzt mal bei 25.950, müssen wir diese Ineffizienz hier unten abklappern. Das heißt, wir haben mindestens oder potenziell auf jeden Fall schon mal einen Risk von 2,76%. Finde ich für eine risikoreiche Long-Position. Warum? Weil wir eben hier diese Ineffizienz haben und eine Ineffizienz ist im Bereich, wo kein Support eben drin ist. Und genau das ist eben gerade dieses Manko. Wenn wir durch das Golden Pocket fallen, wird es sehr, sehr schnell nach unten hingehen. Deswegen haben wir eigentlich nur zwei Szenarien. Und die wäre, das wäre die sehr, sehr risky Variante. Im Endeffekt, dass wir bis zur Ineffizienz in Stop-Loss legen, heißt 1,31% Risk oder wirklich hier mit zwei Positionen reingehen. Und das ist eben das Ding, wo ich gerade noch ein bisschen so am Überlegen bin. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was ihr meint. Zwei Positionen oder nur das Golden Pocket und dann eben einen erneuten Entry hier unten am Ende dieser Ineffizienz wagen. Macht es vom Risk her im Endeffekt, wenn man es zusammenzählt, nicht gerade besser. Also ist beides kupf wie Sprung. Natürlich kann das da oben mit engeren Stop-Loss besser aufgehen. Aber wie gesagt, am Ende entscheidet es jeder selber. Ich mache hier dann auch nur die Setups im Endeffekt und mehr mache ich auch nicht. Aber das ist jetzt momentan so ein bisschen die Idee. Und wir haben diese Woche eine sehr, sehr dünne Newslage. Ich habe es im Wochenausblick am Samstag angesprochen. Könnt ihr euch gerne natürlich immer noch reinziehen. Dass wir nur das Bruttoinlandsprodukt diese Woche haben. Natürlich ist es wichtig. Ich glaube Mittwoch oder Donnerstag kommt es. Aber ansonsten haben wir eine sehr, sehr dünne Newslage. Was man auch an den Aktienindizes derzeit sieht. Die weiterhin oder an den normalen Stockindizes. Nasdaq ziemlich weit unten. S&P 500 auch noch ein bisschen tiefer. Schaut euch einfach den Wochenausblick an. Also warten wir mal ein bisschen ab. Aber das ist jetzt erstmal hier so der grobe Fahrplan. Wo ich erstmal mal drin habe, dass wir hier runter gehen. Die Liquidität aufsammeln. Und dann einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Nach einer in Anführungszeichen bearischen letzten Woche. Ja, mehr gibt es bei Bitcoin nicht zu sagen. Ich glaube Ethereum ziehen wir jetzt auch nochmal ganz kurz durch. Das war die letzte Analyse. Ich bilde mir einen von Freitag. Den Weg hat er sehr, sehr gut getroffen. Wichtig war auf jeden Fall, ihr seht hier die Setup-Andeutung, dass wir dieses Tief hier drüben nochmal gefischt haben. Mit einigermaßen viel Volumen. Also es kann gut möglich sein. Wir sind momentan bei 1567. Ich mache das mal ganz kurz weg. So, jetzt aber. Dass wir nochmal ganz kurzfristig hier nochmal dieses tiefere Tief kriegen. und sogar bis runter 1559 gehen. Dann hätten wir die Ineffizienz geschlossen und könnten eine Erholungsrallye starten. Und auch hier, ich habe in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ich bin kein Ethereum-Fan. Aber hier wäre es sogar meiner Meinung nach sehr, sehr gut möglich, eine schöne Long-Position hier aufzubauen. Wie gesagt, Entry würde ich vielleicht, ja 167, ich würde noch ein bisschen tiefer warten. Ich würde so auf 1664, äh 1564 wäre ein guter Entry, aber der Stop-Loss muss hier unten bei 1530 liegen. Wären auch 2,32%. Ihr könnt es natürlich auch so machen, legt euch einfach zwei Entries, dann habt ihr hier auch ein deutlich geringeres Risk. Aber würde mir vom Setup-Bereich sehr, sehr gut gefallen, um dann mit einem potenziellen, auch das zeichnen wir mal ganz kurz ein, doppelten Boden, der sich hier ergeben würde, dann nach oben hin durchzubrechen. Trotzdem erster Take-Profit, wer die Take-Profits wissen möchte, würde ich hier oben direkt bei 1597 legen, vielleicht sogar schon minimal 1596, um möglicherweise es abzufedern, dass es ein Failed-Doppelt-Bottom wird und wir im Endeffekt dann wieder abverkauft werden. Zweiten Take-Profit, dann hier oben bei 1616, nee warte, ist gelogen, 1612, würde ich ihn legen, kurz vor dieser Ineffizienz, die wir hier liegen haben. Auch die zeichne ich euch nochmal ganz kurz ein. Hier, das wäre der zweite Take-Profit und dann schauen wir weiter. Um das Ganze noch zu vervollständigen, ziehen wir uns noch das FIP vom derzeitigen Bottom bis zum Jetzt und da sehen wir auch, okay, diese Marke 1612, 1616 würde auch sehr, sehr gut mit eben hier dem 0,5er FIP-Level korrigieren und den dritten Take-Profit könnt ihr dann ins Golden Pocket bei 1630 reinschmeißen. Ja, ansonsten gibt es momentan nichts wirklich zu sagen. Es gibt, ja, keine News. Sonstiges momentan, der Markt ist sehr, sehr ruhig. Also lasst euch nicht verrückt machen, schaut nicht zu viel auf den Chart, genießt ein bisschen noch das schöne Wetter. Ansonsten zwei Setters habe ich jetzt genannt. Die zwei Möglichkeiten haben wir einfach bei Bitcoin und bei Ethereum. Stockmärkte habe ich es heute früh auch schon dazu geschrieben. Bin ich Long, NDX und SPX. Also mehr gibt es nicht zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Trotzdem, morgen früh hören wir uns. Ach nee, morgen früh geht gar nicht. Morgen Nachmittag dann Update-Video oder morgen Mittag auf jeden Fall. Früh schaffe ich leider nicht. Ja, hören wir uns wieder. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und ja, dann war es das von mir. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.